Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ihr seid zu Hause und ich bin es auch. Heute üben wir gemeinsam mit den Montessori Materialien. Alles was ihr braucht, ein Bleistift, Papier und verschieden farbige Stifte. Allein lernen können wir auch gemeinsam. Wir üben das Rechnen bis zu 10. Ich lege farbige Perlenstäbchen hin und ihr schreibt mal auf, was ihr seht. Wenn ich die beiden zusammenfüge, ist das eine Addition und zusammen ergeben sie 10. 1 plus 9 ist gleich 10. Wenn ich die beiden zusammenfüge, ergeben sie. 2 plus 8 ist gleich 10. Wenn ich sie zusammenfüge, wir nennen das Addien, ergeben sie 10. 3 plus 7 ist 10. 4 plus 6 ist gleich 10. 5 plus 5 ist gleich 10. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Ich lege euch ein Perlenstäbchen hin und ich möchte wissen, wie viel noch fehlen, dass es 10 werden. Das liegt und 10 soll es werden. Das liegt und 10 soll es werden. 3 plus wie viel ist gleich 10? 7. 7. Richtig. 5. 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 10. 1 plus 9. 7 plus wieviel ergibt 10. 7 plus wieviel ergibt 10. 3. 8 plus wieviel ergibt 10. 8 plus ist gleich 10. Ja, 2. 8 plus wieviel ergibt 10. Gut gemacht. 8 plus wieviel ergibt 10. 8 plus wieviel ergibt 10. 9 plus wieviel ergibt 10.